hallo ihr lieben ich bin es euer michael hier ja ich bin gerade aus dem klinik gekommen hier und ja ich habe mich ein bisschen verletzt aber das tut ja ein wendler nicht aufhalten ja und ich mache meine prüfung weiter und damit ich auch hier ins dschungel camp kommen hier 2016 ist ja für einen wendler kein problem und ja ich bin ein starr lasst mich wieder rein ich wünsche viel spaß ja und in dem sinne euer unser wendler ciao